Hallo und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Ankündigungsvideo. Wie ihr seht sind wir hier draußen an der frischen Luft, nicht hinter dem Bildschirm oder so. Wir wollten euch ein bisschen was ankündigen, was ein bisschen größeres ist, wo man ein bisschen mehr machen muss. Wir launchen nach diesem Video eigentlich sofort unseren Outdoor-Kanal, White Tigers, den ihr dann auch auf YouTube findet. Natürlich ist es nicht das Einzige, was dann kommt auf unserem Gaming-Kanal, wo ihr natürlich auch noch Gaming findet. Ja, wir machen jetzt nicht irgendwie Only-Vlog und so weiter, sondern da werdet ihr dann auch viele Dinge, wie zum Beispiel unsere Unboxing-Videos, die so ein bisschen als Test-Videos gedacht waren, ob das Ganze so funktioniert, weiß ich, mit Ton und so. Oder zum Beispiel jemand, der nicht scharf stellen kann, ich. Ja, und ja, außerhalb des PCs gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die euch interessieren, die uns vor allem auch interessieren. Und ja, da wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen. Genau, zum Beispiel, ja, was gibt es sehenswertes da draußen für euch? Zum Beispiel, wir waren ja letztes Jahr 2015 auf der Gamescom und haben da auch nur ein paar Bilder gemacht und haben ja so minimale Videos. Aber das sollte sich auch weiten für euch. Sprich, wenn einer sagt so, ja, ey, ich würde mir gerne mal das, das würde ich gerne mal sehen. Ja, ich meine, klar, tausend YouTuber machen es, aber wir machen es auch. Also, was sehen wir das dann für euch? Oder dann zum Beispiel auch, was ein Ziel für Dominik und mich wäre, die Agritechniker. Wenn wir da mal hinfahren, ich meine, immer krasse Landmaschinen, das ist bestimmt für jeden auch was. Ja, also, freut euch schon mal auf Messeberüchte von uns. Und weiterhin werden dann auch noch Urlaubsvideos kommen. Der Johannes und ich fahren im September fast zwei Wochen weg. Und da werden auch einige Videos kommen. Wir machen Moped-Videos unter anderem damit, dann noch mit Jojo seiner Drohne hier, mit meiner Kamera hier und mit Jojo seiner Kamera, die gerade filmt, die EOS 80D. Pack ich bestimmt noch mal die Links alle in die Beschreibung oder auf unsere Webseite. Genau. Ist alles verlinkt, auch da, also das Video kommt auf zwei Kanälen, auf einen Gaming-Kanal und auf einen neuen Kanal. Und dann ist jeweils eben der andere Kanal verlinkt, unsere Webseite und Facebook, Twitter, was weiß ich nicht alles. Und wie der Jojo schon gesagt hat, ab jetzt geht's los. Ja. Der Jojo startet dann mit Videos von der IFA. Ja, im September, Anfang September bin ich sogar schon direkt auf der IFA. Also da werdet ihr sofort Messevideos von mir sehen. Schöne, neue angekündigte Elektronik-Sachen, neue Fernseher und so weiter. Aber freut euch drauf, da wird's auch nicht krass. Genau. Dann war's das von unserer Seite. Genau. Und freut euch auf neue Videos und vor allem neue Perspektiven. Wir freuen uns drauf, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like. Ja, immer. Da unten ist der Abo-Button und der Like-Button und die Kommentare nicht vergessen, da unten. Genau. Ja, wo sind die denn? Ja, wo sind die denn da unten? Ja, da unten, wo? Bei dir unter dem Stuhl? Also haut da rein, Leute. Nacht's gut und tschüssi. Ciao. Ciao. Ade. So ein Klo. Danke, jetzt weiß ich, wo ich Ende machen muss. Echt, bringt das was? Nein. Mann. Der Hund. Nein, das ist ja nicht. Das kannst du ja rausschneiden. Echt? Ja, tust du auch. Jojo ist scheiße. Das schneide ich ans Ende. Halt dein Maul. Also ernst. Aus Spaß wurde ernst. Ernst ist jetzt rein. Schneide ich sowas von ans Ende. Das ist so geil. Oh, Mann, ey. Also. Ich kenne mich so, wenn ich eine Brille mit den Kornen. Keep Kornen. Nobody explode. Genau. Ich kenne mich so. Also. Ich kenne mich so.